Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Retro Great Arena. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, lass mal die hier, Mann. Die sieht lustig aus. Dreimal arm, ich weiß. Ach komm. Ich hab noch gemacht, dass es noch eine Drittoption gab, okay? Oh je. Die Map sieht lustig aus. Das kann nur lustig werden. Komm! Wir haben getradet. Great. Anni, bist du überhaupt noch da? Ja. Nein, müssen wir ihn einstellen, dann können wir das, so. Danke für die Kills, Anni. So, ich hab mir jetzt eine Pizza bestellt. Ich bin froh, genau. Dann bestät ihr meine Pizza. Das töten wir uns ja schon gegenseitig. Ich hab ihn währenddessen einmal selbst, äh, ich hab ihn damit einmal umgebracht, der in der Gesicht bestellt hat. Der Explosion. Ich hab ihn mit einer Der Explosion. Der Explosion. Alter. Alter, ich rasiere diese Runde. Ich rasiere richtig. Was macht denn der Hot War? Hot War ist halt richtig stark. Danke. Was machst du denn hier? Das zieh dich! Das zieh dich! Das zieh dich! Und kümmere dich lieber um Kai, der hat nen Imploader. Ich lebe doch Kai! Ja noch. Ach! Achtung, da kommt was! Boom! Nein! Wenig! Komm mal weg, wenn der hier mit der Tauber um dich gegen schießt. Wow! Wo kann der TG an den Horror erwischt? Wo ist der lang geflogen? Nein! Nein! Der hat doch rein! Nein! Ich sterbe lieber durch meine eigene Waffe! Das ist auch wieder aus dem Schild! Ich bin auch gerade erst gespawnt! Was erwartest du? War aber leider dein eigener Schuss! Oh Gott, da flogen ein Ploder! Scheiße! Da krieg ich mich lieber selber um! Oh Gott, jetzt haben wir alle drei den Ploder! Das wird lustig! Nein! Nein! Kai hat mich getroffen! Oh mein Gott! Wieso lebe ich noch? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist beinervig! Man kann hier auch richtig viele Spiele einstellen, ne? Also es geht mehr als nur vier! Okay! Wie viel kann man spielen maximal? Ähm, müsste ich in... Warte, ich guck in die Lobby-Settings... So sechs kann man spielen! Also ich könnte auch noch die Akadari-Jungs sogar noch dazu holen! Oh! Ja! Ja, auf die Distanz mit der Schotten... Das mit zu sechs! Ey! Das wird ein Chaos! Ja! Ja! Ja, ich war mir grad nicht sicher, wo ich hin will! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ähm... Aber trotzdem, mein Kill! Ich hab's gesehen! Ja! Ich hab's gesehen! Ah! Ich hab's gesehen! nee war nicht mal schade dass wir so geil gewesen der gehört mir also dann hat man sich direkt selbst um damit ich nicht kriegen kann wichtig pick up 50 ja ich habe das für den imploder pick up 70 dank für den kiss anny glaubt auch ich war es nicht auf so einfach mag ich nicht ich habe was anderes gehört na los kommt doch her kommt doch her zu mir ich verzieh mich ich habe hier die wand neben mir abgeschossen mit den imploder und wo das hat reingezogen in die wand als ob die reichweite gereicht der imploder hat ungefähr die reichweite von der wand da so groß ist er und wenn er dich hat nicht direkt durch dann zieht er dich rein ansonsten steuert er dich weg vor allem so kannst du die erschienen für die verschiedenen kitsch sammeln auf annehmen der schott kann das klappt nicht ich bin selber das war aber gut ich bin selber weg war ordentlich bei oh man ich will doch nur die schoss maschinen kann los ich habe die sniper man habe steht dann gekriegt dass gerade das kann getötet als ich damit keine ecke saß ich habe es dann gewöhnt und du hast mich betraut gegen die wand da ja will ich nicht hin nicht in die wand und ich mag die nicht ich bin der schott ganz nur sei bei bettelt anderen funktionieren auf kurze distanz funktioniert das vielleicht aber nicht beim ich weiß ich versuche schon die skillshots überbande mit der sniper scheiße ich komme nicht schnell genug ran nicht schnell genug nicht nah genug der ist halt immer noch bei der ersten waffe der dully und ich bin schon bei ich nehme den da der bricht mich lieber als selber auf ich liebe es ich liebe dieses spiel man wollte ich auch mal in der lüste da sein ok warum habe ich eigentlich moving target wahrscheinlich weil ich auch gerade eben zigtausend davon die mich selbst reingeballert habe das ist eine der neuen maps ok ich glaube die musst du erst kaputt machen ah ne da kannst du durch aber hier sind überall mirrors da musst du aufpassen oh man hat von anfang an die shotgun weißt du das ist auch cool aber man hat sich schwer unter kontrolle wie viel ja du bist alle Ich wollte eine Waffe holen aber ja. Ja klar, spawn halt neben dem Ding. Ich weiß nicht, warum ich so ein Glück im Spiel hab. Hilfe, da geh ich doch nicht rein. Ich hab ein Bier. Oh toll. Bitte was Rotes drin sein. Eine Flakkanone. Bin groß bestimmt überhaupt nicht nervig. Du warst gerade groß, dann sterb ich. Raus, Ani. War schön, nicht die Kanz zu haben. Alter, ist das eine reiche Leute. Vor allem, wenn du groß bist. So, ich hab eine Flakkanone, damit hol ich mir das. Ihr könnt euch nicht umbringen, bevor das Ding nicht offen ist. Ich halt immer so die Waffe rein und schieß dann. Weil dann kann ich mich nicht selber damit treffen. Gut. Dann breit. What? Ich steh' denn arg schnell. Ach komm schon. Könnt ihr's vielleicht wenigstens mal versuchen? Als ob der Accluator 10.000 mal von der Barriere abprallt. Ja. Der prallt ewig da drin rum. Nein, ich meine von der Barriere, die der Große hat. Ich war daran unschuldig. Kannst du Passizer nicht ausstehen? Ich versteh' das Problem nicht. Ach komm. Es darf auch einmal einer von euch groß sein. Gerade noch so. Du schaffst das Kai. Ich glaube an dich. Wenigstens hab ich dadurch jetzt nicht dominiert. Ich kann ja nicht jede Folge immer dominieren. Leute. In den Kommentaren lachen aus. Es ist mir doch egal. Oh Kai ist groß. Hilfe. Help. Help me. Kann ich nicht. Echt tot. Ich kann dir nicht helfen. Du musst dir selbst helfen. Nö. Ciao Sunny. Nö. Nein. Hahaha. So viel Dank zu einem Imploader, dass er sich selber umbringt. Ja. Einfaches Prinzip. Warum bin ich so weit weg? Hallo. Ich wollte in den Imploader nicht reinschießen. Nö. Danke. Oh nö. Ich hab nicht mal was dafür getan. Ich hab Angst. Oh nö. Ich hab Angst. was gemacht. Leute. Meine Knole ist an der Wand abgeprallt. Hei. Du kriegst es nicht. Scheiße. Wo ist das? Hier kommt Sunny. Ich hab dir geholfen Kai. Danke. Wieso ist das Ding so arschweit weg? Komme. Ich krieg es. Boing 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 boing. Ja. Ja komm doch her Sunny. Oh Gott. Ich geh nicht in diesem Ekel weiter. Nö. Komm ich geh runter. Ich hab noch vergessen. Ich hab mal eben kurz seine Barriere kaputt gemacht ne? Als ob du dich mit nem Bodyslame umgebracht hast. Das war geplant. Wer's glaubt wird selig. Was wirklich. Fuck. Ja. Ja komm. Ja er kriegt den Punkt nicht mehr. Was ernsthaft? Ja das hast du früh umgebracht. Och komm schon. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Also bei der letzten Aufnahme Session. Wenn du dich zu früh umbringst. Beziehungsweise noch stirbst. Dann kriegst du den Punkt nicht. Ich hab mich dafür geopfert um den so stark anzuschlagen okay. Dafür gehört der mir auch. Ich dachte der wär schon frei. Verdammt. Go Imploader. Hüpf da drin rum. Was willst du Winzling? Ich geh dein Schild zerfetzen. Okay. Kannste ruhig machen. Ja. Hat ja wunderbar funktioniert. Den Schild hab ich zerlegt. Mehr wollte ich ja nicht. Das stimmt. So ein Match sollten wir noch schaffen. Ich komm mit der Flag Kanonen nicht zurecht. An ihr müsst auch mal in dieser Liste auftauchen. Schon war er. Ja. Ich hab sogar jeden in der Runde ausgelöscht. Ja als Großer ist das ja auch nicht sonderlich schwierig. Das ist wahr. Ja Armstil sind nämlich von der Zeit her nicht weggegangen. Da wollte ich nicht rein. Ich will die Folgen ja maximal auf 20 Minuten halten. 8 Minuten schafften wir es diesmal auf 20 Punkte. Wahrscheinlich gibts sogar einen Erfolg dafür. Ja den ersten Kill hab ich schonmal. Mann verreckt doch. Ja ich bin da gegen oben gekleidet. Ich hab noch so ganz leicht den Game getroffen. Ein Glück. Ich hatte gerade mehr Glück als Verstand. Hast du das nicht sowieso? Ich wollte gerade sagen das ist doch normal. Wieso? Bisher habe ich jede Runde bei diesem Spiel gewonnen. Ja ich hab bisher nicht ein einziges mal verloren. Ich weiß nicht was ihr habt. Ey das war meiner. Ich hab ihn mit einem Irrung gemacht. Ich weiß nicht was du willst. Er hat sich selbst umgebracht. Im Prinzip her. Tja. Amann Miller gehörstens selbst. Ich bin hier beim Prinzip wer hat man sich ja selbst umgebracht. Ja. Er hat fast den Tani über Bande getroffen. Gönn doch wenigstens jemand anderen den Kill. Nein. Ich hab den okay nicht bekommen weil ich schon wie äh. Das ist jetzt wie mit äh. Sniper letztens. Ich hab diesmal den Sniper gegen seinen Shotgun Schuss geschossen und ihn damit umgebracht. Ich will ihn immer mit seinen eigenen Waffen um. Aber nicht mit meiner. Lass dich doch wenigstens snipen. Nö. So tschüss. Als ob. Das geht ein Zähl für den Weg. Eclorator. Einfach in die Ecke schießen. Irgendwann trifft er schon. Jo. Ich hab ihn gerettet. Verdammt. Jetzt stürm. Ja mein Eclorator. Was? Mein Eclorator hat dich getroffen. Der ist halt so gefährlich der Eclorator. Den kriegst du nicht mit wenn der dich umbringt. Wenn du eine Zeit lang rumgeflogen bist kannst du das vergessen haben. Musst du aufs Glück hoffen. Musst du hoffen, dass du gegen die gelben fliehst. Ansonsten bist du ripp. Ja versuchst doch Sunny. Komm. Versuchst doch. Komm. Ja komm. Ich bin bereit für die Kirche. Der war mir. Kannst du mir immer nur den Kill klauen? Wir haben noch letztens schon abgesprochen. Sunny Kill ist mein Revier. Da hab ich ein Privileg drauf. Tschüss. Jawoll. Aber ich hab zumindest Kai noch gekippt mit dem Hot War. Hey Möcke-Räder. Wollte noch in die Shotgun rein und mir die Shotgun holen. Sunny ich hab noch einen Schuss. Kommst du mal eben? Ja okay. Guck mal hier. Danke. Verdammt. Verdammt. Wir haben nicht mehr genug. Ich hab das Timing verschissen. Nein. Ich hab grad nix mehr gesehen, weil wir voll lachen die Tränke. Nein. 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 Ich hatte genau an seinem Schild vorbeigeschossen. Ich hab nicht mehr gemerkt, dass du mit dem Klauen auf mich gezählt hast. Bevor es... Ich hab wieder was selber gezählt. Oh nein. 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 Und das grad eben. Das kommt ins Bestoff von dem Faces, das mit deinem Schild, Sunny. Ich bin schon bei 10 Punkten hier Lutscher. Einzige schafft sie 20 noch? Ich will. Wir haben viereinhalb Minuten, wenn er das nicht schafft, ist er nicht gut im Spiel. Hallo. Ich hab bisher jede Runde gewonnen. Ich bin der beste Spieler dieses Planeten. Ich hab noch nie in diesem Spiel verloren. Ich hab aber bisher noch nie einen Bodyslam Kill gemacht. Äh, zumindest keinen, der gezählt hat. Ist ja nur bei Armsways. Und ein einziges Mal bei dieser Map, wo ihr so lustig rumgehüpft seid. Da hab ich dann auch irgendeinen Bodyslam Kill bekommen. Ich hab euch beide bekommen. Und ich nochmal. Oh Sunny, du wirst jetzt get sniped. Oder auch nicht. Passt. Ich hab's über Bande versucht, ok? Ja. Über Bande. Jetzt hole ich mir den da. Oh nein. Und da oben ist die Gefahr, ne? Nein. Hau ab. Oh nein. Hau ab. 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 Komm Kai. Weg mit dir. Guck mal. Ich guck einfach mal zu, wie meine Kelle hier durch die Gegend saust. Und zwei. Warum war das zwei, Acclerator? Äh nein, das andere war ein Hot War. Achso. Der zweite, äh, die zweite Blaue war von mir. Oh, ich hab mich irgendwie mit der Maschine dann noch erwischt. Danke. Okay. Tschüss. Aua. Schreut euch beide willkommen. Aua. Nein. Ciao. Hallo. 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 Sonny ist auf meinem Spiel direkt. Nö, ich verzieh mich. Er macht das sogar... Oh, hallo. Hallo. Sonny kommt sogar schon zu mir, weil er sterben wird. Du hättest mich fast dran gekriegt. Sag. Ah, Jufi, wieso denn das hat Basic Kill für dich? Acclerator, go. Achtung, da fliegt was. Wenn's dich selber trifft, lach ich dich aus. Nein. Es hat dich getroffen. Nein, es hat meinen Schritt getroffen. Mein eigener Acclerator. Das wird's doof. Oh, ich hab 25 jetzt mit dem Maschinengang umgebracht. Ich will einen Bodyslam Kill. Ach, das stimmt halt so. Ah, verdammt. Zwei Minuten hab ich noch für 3 Ks, das schaffe ich. Scheiße. Wie hab ich dich bitte schon mit dem Maschinengang erwischt? Oh, ich hab mich mit dem Basic noch gerettet. Der bringt sich selber auf. Hallo. Wo wir jetzt mich snipen? Erstmal snipe ich den da. Hi. Hi. Pick up Shotgun. 100 teils. Nein. Ja. Einen Punkt noch. Nein. Einen Punkt noch, den hab ich die 20 geschafft. Wir müssen uns auf ihn fokussieren. Wir lassen's kaputt mehr kriegen. Nein. Oh mein Gott. Der im Kreis fliegt? Nein, das ist in Hot War. Ja, ich hab's mal trotzdem beschleunigt. Komm, der letzte wird ein Shotgun Kill. Halt nicht. Selbst not. Jaaaa. Nein. Jaaaa. Hast du so viel bekommen? Äh. Nein. Wär aber schön gewesen. Aber ich hab... die nächste auch noch mal mehr Leute dabei haben. Weil, wie gesagt, das Spiel kann man zu sechs spielen. Wir suchen noch, äh, hier... den Rekino oder wie der jetzt heißt, Akaya dazu zu holen. Und vielleicht sogar noch die Jungs von Akadari, dann sind wir zu sechs und das wird dann mega lustig. Aber erstmal muss ich den dann noch abschießen. Ich hab mich nur hinter dir versteckt. Ja. Tschüss!